Es wurde gefragt, wie man denn seinen Lebensort finden kann, denn im spirituellen Bereich wird ja oft gesagt, dass jeder einen bestimmten Lebensort hat, zu dem man ziehen soll. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht nur einen Lebensort hat, sondern es können durchaus auch mehrere sein. Und der Lebensort, der für mich jetzt gerade richtig ist, das ist genau der, an dem ich gerade bin. Genau hier, wo ich jetzt bin, also genau dort, wo du jetzt bist, das ist jetzt der perfekte Lebensort für dich. Und wenn man das erkannt hat und auch einfach dem Flow folgt, dann kann es durchaus sein, dass man neue Impulse an diesem Lebensort bekommt, zu einem anderen Ort zu gehen. Und egal, wo das Leben uns hinträgt, wir sind immer am richtigen Ort und jeder Ort, an dem wir leben, ist unser Lebensort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.